Hallo Jungs und Mädels, hier ist der Max und wenn eine Sache bei PC-Hardware unter Gamern besonders häufig diskutiert wird, dann ist es die Wahl der Maus. Ich glaube es wird über kein anderes Input-Gerät so sehr, oder gibt so viele Vorlieben und so viele verschiedenen Hersteller und Produkte und keiner hat irgendwie exakt die gleichen Anforderungen wie der andere. Und ich werde auch ziemlich oft danach gefragt, was ich für eine Maus verwende, was ich für Maus-Settings habe und sowas in der Richtung. Und ich dachte mir, ich stelle euch mal zwei Mäuse vor in diesem Video, mit denen ich jeweils dieses Jahr um die 100 Stunden gespielt habe. Und zwar, das eine ist von Logitech, die G502 Protus, Pro Toys Core, steht leider nicht genau drauf. Und das andere ist von Zoe, die EC2A. Und die Zoe-Maus ist so ein bisschen auch, die EC2A ist so ein bisschen gehypt, die wird an vielen Stellen empfohlen. Und man sieht es allein schon daran, dass es keine Maus gibt, die quasi jeden so richtig glücklich machen kann. Wenn man sich mal überlegt, es gibt Linkshänder, es gibt Rechtshänder, es gibt Leute, die bevorzugen leichte Mäuse, schwere Mäuse. Dann gibt es noch Unterschiede im Treiber, Unterschiede bei dem Sensor. Je nachdem, der eine magst du ein bisschen griffig an der Seite, der andere will das lieber glatt. Der eine hält seine Maus nur mit den Fingerspitzen, der andere legt seine Hand komplett drauf, den man sprengt. Braucht eine größere Maus, kleinere Maus, größere Hände, kleinere Hände. Es ist wirklich alles Mögliche dabei. Ich hatte in den letzten Jahren relativ viele Mäuse. Angefangen von so dem Klassiker schlechthin, der Logitech MX518. Die war ja mal so 2005 rum, total im Trend, so die Maus mit Beulen-Optik. Und dann hatte ich von Razer ein paar, von Locker ein paar. Von Razer hatte ich beispielsweise, kann ich mich auch gut an die allererste Death-Adder erinnern, die Probleme hatte, wenn man beide Maustasten gedrückt hat, beziehungsweise die rechte Maustaste zu fest, dass das Mausrad nicht mehr richtig funktioniert hat. Zumindest in diesem Video soll es hauptsächlich um die G502 und die EC2A von Zoe gehen. Wir fangen an mit der Logitech G502 ProToy Score. Und ich muss sagen, es ist keiner der beiden Hersteller an diesem Video finanziell irgendwie beteiligt. Ich habe allerdings auf der Gamescom von Logitech die Maus bekommen. Letzte, nicht dieses Jahr Gamescom, letztes Jahr Gamescom. Das heißt, ich habe bei beiden Mäusen genug Zeit, die auszuprobieren. Und die Zoe Maus habe ich mir erst vor ein paar Wochen gekauft. Aber dafür wirklich täglich auch mehrere Stunden mitgespielt. So, also wie gesagt, wir fangen mal mit der G502 an. Ich muss sagen, ich hatte bis zu dem Zeitpunkt noch nie eine so gute Maus vom Gesamtpaket her. An der G502 hast du, die Hardware an sich ist super verarbeitet. Es ist griffig, es ist so leicht gummiert an der Seite. Das ist für die Frage, ob man das mag oder nicht. Ich mache euch übrigens ein paar kleine Aufnahmen von den Mäusen im Hintergrund. Passt nicht unbedingt synchron zu dem, was ich sage, aber so ein paar Sachen wird man da drin auch erkennen. Was ich sehr schön finde an der G502 ist, dass man am Daumen, neben dieser Auflage und dem Gummi, hat man noch einen zusätzlichen Sensitivity-Knopf, an dem man in Spielen, wo man zum Beispiel snipen kann, allerdings es für die Sniper keinen extra Sensitivity-Slider ingame gibt, kann man, solange man den Maus, solange man diesen Knopf gedrückt hält mit der Daumentaste, die Sensitivity runterstellen, die DPI oder sowas von der Maus runterstellen. Das ist sehr praktisch, wenn das Spiel das nicht unterstützt. Und das ist ein Feature, das lohnt sich auch noch in anderen Sachen, beispielsweise, wenn man im Desktop-Betrieb, beispielsweise in irgendeiner Grafikbearbeitungssoftware oder beim Videoschnitt, finde ich das sehr praktisch, wenn man kleine Sachen anklicken muss, dann kann man das drücken und ist genauer. Das hat schon seine Vorteile. Natürlich kann man im Treiber alles frei belegen, wie man will. Der Logitech-Treiber ist generell, finde ich, eine der besten. Man kann alles Mögliche einstellen, von simplen Makros bis zu ein bisschen komplexeren Makros. Das Einzige, was fehlt, ist wirklich eine Funktion, quasi eine komplette Makroprogrammiersprache, zumindest habe ich die bisher nicht gefunden. Aber man muss ganz ehrlich sagen, sowas braucht man auch nicht im Maustreiber. Ansonsten kann man alles Mögliche einstellen, von der Beleuchtung bis zu den Profilen. Game-abhängige Profile. Man kann die Profile theoretisch sogar in der Maus speichern. Man kann jeden Knopf belegen mit entweder einer anderen Taste, mit den Special-Funktionen von der Maus oder aber mit einem Makro. Also es ist wirklich, das lässt einer meiner Meinung nach keine Wünsche offen. Ich habe nichts, niemals irgendwie, während ich die G502 verwendet habe, da an Funktionen vermisst. Dann habt ihr noch ein paar andere nützliche Sachen, Hardware-mäßig. Die üblichen Knöpfe zum DPI-Verstellen an der Seite und zusätzliche Maus-Buttons. Das Ding hat ein Vier-Wege-Mausrad. Also sprich, es gibt nicht nur Mausrad hoch, runter scrollen, Mitte drauf drücken, sondern man kann damit auch nach links und rechts klicken. Kann man beispielsweise Browser vor und zurück drauflegen. Und noch für Leute, die beispielsweise E-Books lesen oder die viele, viele Dokumente oder lange Texting wie Source-Code durchscrollen müssen oder sowas, hat die einen Knopf über dem Mausrad, mit dem man das Mausrad quasi so ohne Widerstand, also wo man, normalerweise ist das Mausrad ja klick, 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 wenn man das so dreht. Und da kann man das ausschalten, wenn man das einmal anstößt, dann scrollt das für Minuten lang, wenn man das ordentlich anstößt. Das ist, finde ich, eine echt praktische Funktion. Also, man kann die G502 noch ein bisschen weiter customisen. Man kann beispielsweise Gewichte unten reinmachen, da werden ein paar Gewichte mitgeliefert. Man muss allerdings sagen, die G502 ist von Haus aus schon relativ schwer. Und noch eine weitere Sache, was vielleicht ein bisschen den Spaß daran versauen könnte, an dieser rauen, so ein bisschen gummiartigen Seite von der Maus ist, es sammelt sich halt mit der Zeit, wenn man die eine Weile verwendet. Ja, also man ist ja quasi mit der Haut von den Fingern direkt auf diesem Gummi, auf dieser rauen Fläche. Das heißt, man schwitzt auch ein bisschen an den Fingern und die eine oder andere Hautschuppe wird sich wahrscheinlich auch lösen. Und man hat nach einer Weile an den Stellen, man sieht es hier, ich versuche es mal im Video zu zeigen, an den Stellen, wo man seine Finger auflegen hat, an der rechten Seite oder beim Daumen an der linken Seite, hat man halt so weiße Hautschuppenflecken und so, die man relativ schwierig wieder wegkriegt, weil das ist halt eine raue Oberfläche, da müsste man schon mit irgendwelchen Zahnstochern drinnen rummachen oder sowas und da zerkratzt man es wahrscheinlich. Letztendlich, ich meine, wenn man jetzt nicht ganz pingelig ist, kann man damit auch leben. Also das wäre für mich kein Ausschlusskriterium bei einer Maus, aber ich wollte es mal erwähnt haben, weil es gibt Leute, denen ist das wahrscheinlich sehr wichtig, dass ihre Maus immer blitzeblank ausschaut. Und wenn man die Maus öfters mal putzt, setzt sich es wahrscheinlich auch gar nicht so großartig ab. So, trotzdem habe ich mir, obwohl mir die Logitech G502 sehr gut gefällt und die ich auch jedem ans Herz legen kann, der auf der Suche ist nach einer Maus, die ein bisschen, ich nenne es mal ein bisschen Widerstand hat und die ein bisschen schwerer ist, kann ich die nur empfehlen. In dieser Kategorie hatte ich bisher noch keine bessere Maus. Mir persönlich, ich habe festgestellt, ich wurde mit der G502 von Logitech ein bisschen faul ingame. Das bezieht sich jetzt bei mir hauptsächlich in letzter Zeit auf Overwatch, also ein Spiel, wo man sehr viele, sehr viel Movement hat, je nach Held, wo man auch sehr viele Mausbewegungen hat, Drehungen hat, also Blickdrehungen, 180 Grad, sonst was, je nachdem, was man spielt. Zum Beispiel Genji, das ist ein Held, wo man sehr mobil mit ist oder auch wenn man Saria spielt, das ist ein Held, wo man quasi einmal mit dem Fadenkreuz die Gegner tracken muss, also versuchen muss, permanent mit dem Laserstrahl auf dem Gegner drauf zu bleiben, aber dazu kann man noch, um zusätzlich Damage zu machen, mit dem Rechtsklick Basaria Granaten schießen. Und manchmal ist es eine gute Kombination, die Gegner zu tracken, mit dem Fadenkreuz und Laser drauf zu schießen, plus kurz nach unten zu gehen, eine Granate zu schießen und direkt wieder hoch. Und dieses Movement habe ich festgestellt, habe ich relativ selten gemacht, auch wenn es in dieser Situation besser gewesen wäre, weil mich persönlich, und das ist, wie gesagt, das ist eine sehr individuelle Sache bei Mäusen, mich persönlich hat das Gewicht von der G502 ein bisschen faul gemacht in Game. Und ich habe noch gar keine zusätzlichen Gewichte reingemacht oder so. Und das war auch der Grund, warum ich mir gesagt habe, hey, ich bin super zufrieden mit der Logitech G502, aber für Spiele würde ich ein bisschen was Leichteres bevorzugen. Ich benutze die G502 immer noch super oft im Desktop-Betrieb, weil du einfach so viele Buttons und Funktionen im Treiber hast, dass es sich richtig lohnt, das passend zu belegen, Desktop-Switchen, Fenster-Switchen, was auch immer. Das ist sehr angenehm, damit zu arbeiten. Aber für Spiele habe ich mich jetzt dazu entschieden, mir eine Zoe EC2-A zu bestellen. Hauptsächlich wegen dem Gewicht. Gefühlt, ich kenne die Gewichte nicht genau aus dem Kopf, gefühlt wiegt das Ding ungefähr die Hälfte von der G502, ist sehr leicht und ist, was Feature angeht, die Zoe Maus, das komplette Gegenteil von der G502. Während die G502 vor Featuren strotzt an Zusatzbuttons, an extra, an einer gummierten Seite, an Gewichten, die man reinmachen kann und Treiberfunktion ist die Zoe Maus wirklich sehr simpel gehalten. Auf das absolut Nötigste reduziert. Die Zoe Maus haben beispielsweise auch kein zusätzliches Windows-Programm oder Programm, wo man irgendwelche Tasten umbelegen könnte oder sonst was. Klar, mit Zusatzsoftware kann man das trotzdem machen. Keine Frage, aber es ist nichts dabei. Die Zoe Maus hat im Endeffekt nichts, was über eine normale, in Anführungsstrichen, Maus hinausgeht, außer, also an Funktionen, außer einen Button unten, wo man die DPI-Stufen durchstellen kann. Also 400, 800, 1200 und ich bin mir nicht sicher, ob es, ich glaube noch 1600 oder sowas, aber ich spiele meistens auf 800 DPI und das Mausrad zeigt in der jeweiligen Farbe an, welche DPI-Stufe man gewählt hat. Das ist alles. Von der Genauigkeit her nehmen sich beide Mäuse gar nichts. Deswegen sage ich das jetzt auch erst am Ende. Ich hatte das Gefühl, ich bin immer Herr der Lage, es war immer präzise mit beiden Mäusen. Es haben beide Mäuse eine angenehme Höhe, wo man sie abheben kann vom Mauspad, wo sie nicht mehr reagieren. Was wichtig ist natürlich auch in Spielen, wo man viel die Maus umsetzen muss. Also man schiebt die Maus über das Mauspad, dann muss man quasi resetten, die Maus zurück machen und während man die Maus anhebt und zurück hebt, sollte natürlich der Sensor nichts auffassen. Das hat für mich bei beiden Mäusen super funktioniert. Es war präzise, wenn ich vorbeigeschossen habe, lag das auch nicht an der Maus, dass die irgendwie der Sensor komische Dinge gemacht hätte. Ich habe einfach schlicht und ergreifend vorbeigeschossen. Ich persönlich bevorzuge in Spielen, nachdem ich jetzt beide Mäuse an die 100 Stunden gespielt habe, oder mit beiden Mäusen an die 100 Stunden gespielt habe, in Spielen bevorzuge ich persönlich mittlerweile die Zoe EC2A. Und ich würde auch sagen, ich kann die Maus jedem empfehlen, der auf der Suche ist nach einer leichten Gaming-Maus für Rechtshänder. Beide Mäuse wohlgemerkt nur für Rechtshänder. Aber diese uneingeschränkte Empfehlung muss ich jetzt ein bisschen, muss ich noch ein bisschen abwarten, denn seit zwei, drei Tagen macht meine Zoe-Maus beim festen Drücken der linken Maustaste knarzt Geräusche im Gehäuse. Und es sind nicht nur Geräusche im Gehäuse, ich habe das Gefühl, dass unregelmäßig der linke Maus-Button verzögert reagiert. Das ist natürlich absolutes Unding für eine Gaming-Maus. Das tritt aber auch nicht immer auf, sondern nur so sporadisch, dass man das gar nicht so richtig greifen kann, richtig festmachen kann. Ich versuche mal, ob ihr das hört. Als erstes hört man den Klick von der normalen linken Maustaste und wenn ich dann fester drücke, knarzt es so. Ich probiere das mal. Habt ihr es gehört? So dieses Nachklicken, das hat die nicht von Anfang an gemacht. Das heißt, da stimmt irgendwas nicht. Ich habe mir bei Amazon auch schon eine neue bestellt und werde die einfach umtauschen. Deswegen, mal gucken, wie sich das neue Modell schlägt. Und deswegen halte ich mich mal noch zurück mit hier so uneingeschränkter Empfehlung von dieser Maus. Ansonsten, wenn man mal dieses Problem außen vor lässt, ist für mich persönlich die Maus von Zoe angenehmer, in-game reinzuspielen. Im Desktop-Betrieb bevorzuge ich eindeutig die Logitech G502. Ich denke, es sind beides Mäuse, die wirklich eine Empfehlung verdient haben. Sie gehören beides mit zu den besten Mäusen, die ich je hatte. Vom Feature-Paket, wie gesagt, die G502 bisher für mich hatte ich noch nichts Vergleichbares, was von der Hardware, von dem, was verbaut ist, wie es verbaut ist, wie der Treiber funktioniert, da eher unter Annähern drangekommen ist. Die Zoe, wie gesagt, das komplette Gegenteil. Einfach simpel, schlicht, macht genau das, was es soll. Präzision bei beiden Mäusen, super. Also, je nachdem, was ihr sucht, kann ich euch die Mäuse nur empfehlen. Bei der Zoe, wie gesagt, erstmal nur mit Vorbehalt. Mal gucken, wie das nächste Modell ist, ob das auch wieder knarzt. Aber nachdem mich so viele Leute immer fragen, was ich für eine Maus habe, dachte ich mir, ich erzähle es jetzt einfach mal in einem Video ausführlich. Und ich glaube, ich bin so alles losgeworden zu den Mäusen, was es zu sagen gibt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was eure Lieblingsmaus ist. Und ich bin sicher, wir werden da wahrscheinlich in den Comments 30 verschiedene, 40 verschiedene Maustypen von Herstellern sehen, von denen ich teilweise noch nichts gehört habe. Aber es gibt halt einfach so viele unterschiedliche Geschmäcker bei Mäusen, so viele unterschiedliche Hersteller und Mäuse, dass es finde ich cool zu sehen, dass da jeder so irgendwann mal sein Lieblingsmodell findet. So, dann war Schluss. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr auf der Suche nach günstigen PC-Spielen seid, könnt ihr mal bei meinem G-Trailing vorbeigucken. Wir machen Schluss. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.